Hallo! Guten Tag und Grüß Gott! Herzlich Willkommen im Spessart! Ich möchte Ihnen heute am Sonntag, den 6. November, den goldenen Oktober im Spessart zeigen. Ich stehe hier an einer Straße zwischen dem Ortsteil Moosborn und dem Ortsteil Flörsbach. Das sind beide Ortsteile bzw. Dörfer der Gemeinde Flörsbachtal im Spessart. Die Flörsbachtal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal. Das ist ein paar Tage, die Flörsbachtal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal. Das ist ein paar Tage, die Flörsbachtal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal im Spessartal.